herzlich willkommen bei 1 800 es geht weiter mit meinen lauten hallenschalen und wir wollen hier mal die hopfenbrücke anzukurbeln wir sagen hier dass ich nur um das gedreht sein und ich würde sagen diese mir noch anschließend in meine verbindung ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt so ich habe hier 22 ich habe hier ich möchte warum für auch den dreh haben dann würde ich mal die auch mal ausbrechen und schon mal anfangen das hier herzustellen also ich glaube noch mal in diesem fall ich möchte hier ungefähr die gleiche mitte die feierlichkeiten sind beendet die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert kann das so gedruckt werden neben all den anderen spitzen komischloser journalismus spielstand gespeichert die feierlichkeiten sind beendet die menschen lassen sie hoch leben so das geht ja so so modeled dann stös wir fehlen die rohstoffe ich hab jetzt mal 7 Felder heute ist mal eine Weile bis innen bis es alles ich könnte jetzt ein bisschen hübscher machen weil wir eh da ein bisschen ausgefüllt bisschen dann wir hatten eine Weile bis hin dann wir hatten eine Weile bis hin und das ist die Weile bis hin und das ist die Weile bis hin so Die Rügel war so groß wie er kommt. So. Das freut mich. Da sind Schlaglöcher, passen Sie raus. Okay, du kommst halt noch nicht an, das ist schön. Ach ne, so. Da kommst du nicht mehr rein. Na klar, so. Ach ne, no. Ob zurückgucken, was voll sind wir? So. So. Ja, wie gesagt. Ein anderes Thema hatten wir über die Gamescom. Und mal gucken, sag mal, bevor ich die Richtung Gamescom fahre, habe ich mir die Bahn-Tickets gekauft. Und die Bahn-Tickets war ja... Ey, nicht mehr von den Deutschen Bahn. War richtig elegant kreuzen. Warum? Ich wollte ja, ich wollte ja Uni-Ger-GNS-Klasse fahren. So, das war... Der Idiot hat mir einen blöden Scheiß 2. Klasse-Ticket gegeben. Ich war da, da war ich schon ein bisschen echt pissig gewesen. Aber ich hab gemischt, also ich hab zu den Typen gesagt, ey, pass auf, ich möchte gerne eine... Bankkarte haben, oder eine erste... Ticket haben. Das ist für die erste Klasse. Ich hab gesagt, jo, kein Problem, sind Sie wirklich sicher? Ich hab gesagt, natürlich, ich bin sicher. Aber ich hab auch zehn Jahre gesagt, dafür gehe ich hier arbeiten. Klar. Oder so, ja, wir dachten, jo, kein Problem. Und das war ja ein Scheiß-Ticket für die Scheiß-Zeit-Klasse. Und ich wollte immer die Ticket für die erste Klasse holen. Oh, da wäre es noch drüben. Hier ist auch ein hoffn? N-Hoppen... Acht, ich hab was genommen, gleich hin mir wieder. So... doch ganz stabil aus schrott suchen das ist ein komisches dinge da oben was da noch blimmeln ist ja auch nicht schlecht wenn ich die karte hier komplett die maus geblüht haben 3 anhalten und ich habe schöner schrott 20 ich habe hier das ist ein bisschen Ich denke mal, die Art in den Regen müssen so sein. Keine schlechte Zeitverteilung. Ich denke mal, die Schatten sind viel interessanter. Gold gefunden. Das ist ein Boni, das mir gefällt. Gleich Gold. Kiste unter Deck. Ein Teil für dich, zwei Teile für mich. Gut gefunden. Minus 90% Brandmechanigkeit. Schatz. Oh, neue Welt. Aktefakt. Ja, könnte ein epischer Modell dabei sein. Oder wenn Glück hat ein Legendär. Das ist immer so glücksabhängig. Boah, jetzt habe ich auch Österreich. Super. Ah. Die Feierlichkeiten sind beendet. Was? Scheiße. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. All. Einmal Schieneschaut. Spielstand gespeichert. in aller Beschreibung. Perfekt. Und. Alles klar. Da wussten wir. ich kaufe auch immer mehr als ich wollte hier hätte ich das gut da bräuchte besonderen schrott wenn du diese gelegenheit nicht beim schopf packt wird sich schon jemand anders finden das mal du hast mir hier ein fürchterliches chaos hinterlassen kisten unter deck ich finde es cool dass du was hast wir liegen ihnen wirklich am herzen oder das ist wie wahnsinn ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt so mehr druck im kessel wie ein ziel bretter hier dann kann ich damit eigentlich wieder runter gehen wende manöver ich glaube ich habe nur vier stück Das ist das, was wir am meisten haben. Wahnsinn. Die Feierlichkeiten sind beendet. Wir teilen es mal in der Folge. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Hospital. Ach. Das ist das, was ich hier nicht gewohnt habe. Auch nicht. Ähm. Hospital. Hier ein Hospital. So weit muss es das gewesen sein. Ne. Hier in die Mitte. So. Das sind jetzt alle. Leugnis in den Radius. Neue Befehle. Jetzt werde ich das hier Dings haben. Jawohl. So. Jetzt habe ich alle Items, was ich brauche, um meinen Kaffee zu verwässern. mehr Druck im Kessel. Du, mein nettes Freundchen, bist mein Hund an den Hund, mein nettes Fett Schatz. Balldreht. So. Hier ist mein Schiffchen auch jetzt angekommen. Wir wären dann soweit. Erwische ich Sie bei besonders guter Dank. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Spielstand gespeichert. Das ist der Wahnsinn. Dies ist durchaus anständig. Trübärden gehen hier hin zu neigen. Ach Gottchen. Hm. Trübärden gehen hier hin zu neigen. Da ist für nichts mehr Platz. Die Züge. Wartchen. So. Trat habe ich nur. Ich habe nicht. Die Feierlichkeiten sind beendet. Fenster und das. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Gerade so. Aber ich habe hier den Platz für mein Dings gebraucht. Okay. Quarz habe ich richtig viel auf Lager jetzt. Bin ich etwa zu eifrig? Ich brauche jetzt ein bisschen. Wie viel Quarz habe ich? Buss 8. Vielleicht könnte ich noch zwei Klasse reinbauen. Und dann machen muss es eigentlich vielleicht. Das sind die Zufriedenheit, die ich nicht erwartet. Also meine Zufriedenheit ist sogar messbar. Nein, meine Zufriedenheit ist sogar messbar. Das muss der Kaffee sein. Kaffee, wie das hier. So. All. So. Du bist jetzt richtig in die neue Welt. Jetzt müssen wir mal das mal dahin holen. So. Und wir gucken noch eine schöne Schatzkarte. All. Ich werde niemals sehkrank. Ach Gott, welche Hinsicht ist das denn? Okay. Das wird jetzt sehr interessant. Mal gucken, dann kriegen wir eine Maschine. Aber was für eine Maschine. So. Bier hat sich jetzt erstmal ein bisschen eingependelt. Die Ernte fährt ein. Richtig schlecht. Nämlich können. Werke sind denn die Promo-Walt voll? Brot ist so ein Überschuss. Auch ein Überschuss. Hier sind alle, die sagten, ich könnte. Ich finde, wenn du noch ein paar Häuser aufsteigen lässt. Aber hier habe ich nur plus 1. Ah, hier bin ich. Das bitte auch gelesen. Ich habe noch die Töne weiter und so etwas mal aufsteigen. Ich bin ich. Okay. Die können die uns jetzt aufsteigen lassen zu den Handwerker jetzt. Weil dafür habe ich keinen Krumm umkommen. Also nicht genug dafür. Mal gespeichert. Absetzt, anschauen. Aber ich habe noch Tudi. Es gibt hier extrem viele Heusen, die wir in einer Reihe abgestiegen haben. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, das ist ja klar. Ruder übernehmen. So. Mal gucken. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah nein, halten! Achtung mal. Das ist ja nicht so weit, weil das Atem gefunden ist. Das ist ja nicht so nett. So. Uh. Hab ich gleich zurückgefunden. Nice. Welche Insel kann das denn nicht sein? Neue Befehle. Neue Befehle. Neue Befehle. Stil zu sein. Ah. Was ist die? Hab ich gefunden. Chateau-Benet. Juhu. Nice. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mach ich diesmal nach unten hin. Nein. Kein weiter Kleidung. Kein weiter Kleidung. Ah. Halt! Mö. Sind wir unterwegs? Sind wir unterwegs? Sind wir unterwegs? Was ist denn... Ich mach das. Was ist nur ein Attem wieder? schlecht zum horitz immer gespannt was ist diesmal da ist eine menge wind in den segeln sind war für kriegsschiffe weil dreh hinterlegt Perlenfunk, ui, schöner Sport, ui. Das ist einer wie guter Fund gewesen. So, die Beine drüben ich nach oben hin. So. User joined your channel. Ich hab jetzt Plus frei. Das ist schon mal geschlädt. Nein, nein, halten! Spielstand gespeichert. Die kleine Schatzung hat sich schon langsam beendet. Ich bin noch zu der alte Welt noch hin. Ach du schon, dann fährt er weg. Ich bin noch mal gespannt. Ich hab hier 35 und 25. Das muss ja richtig mal angucken. Hier. Eigentlich könnte ich das hier bei den Robben auch hier reinknallen. Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich hier noch mit hochkomme. Mal gucken, wie weit ich hier noch mit hochkomme. Mal gucken, wie weit ich hier noch mit hochkomme. Mal gucken, wie weit ich hier noch mit hochkomme. Neue Befehle? ein neuer auftrag setzt die segel so wie sie sagen wie du aus eigentlich und hier ist immer ein bisschen um reichen arbeiter zufriedenzustellen aber ich auch fleisch Da brauche ich schon wieder Arme, dann haben wir schon wieder Handwerker. Wenn das hier Unterdrückung ist, dann gefällt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Das würde ich hier rinknallen. Die Menschen lassen sie hochlegen. Es wäre irrational. So. 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 So.